Hallo zusammen, hallo again. Heute will ich die S3-6 mit ihrem Zug vorstellen zu der Bavarian S3-6 und ihre Train. Die S3-6 ist in der Bayerischen Lok von Karls-Maffei gebaut und mehr Details gibt es wieder bei Wikipedia-Link. Okay, the S3-6 is a Bavarian Loco und mehr Details will be delivered with a link to Wikipedia in the description. Okay, enjoy the train! Okay. 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 Vielen Dank. Applaus Applaus